Mami, ich wurde gebissen. Zeig mal hier. Oh Schatz, du hast dir nur das Bein aufgescheuert. Sag es dem Rettungsschwimmer, er wird dir ein Pflaster besorgen. Nein, nein, das war ein Piranis. Das war kein Piranha. Du hast zu viele Leute von Piranhas Reden hören. Abmarsch. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Ich wurde von einem Piranha gebissen. Wie ist dein Name, Kleiner? David. David? Das ist ziemlich cool. Das ist auch mein Name. Hier, bitteschön. Was ist das? Ein Autogramm. Kann ich nur ein Pflaster kriegen? Warte mal. Du weißt nicht, wer ich bin? Nö. Hast du noch nie Baywatch gesehen? Mhm. Rennen in Zeitlupe? Was ist mit Knight Rider? Das sprechende Auto. Anaconda 3? Checken uns weiter runter. Hey, hey. Was? Ich bin der Hasselhoff. Verschwinde, du dickes Ding. Ich rede hier gerade mit meinem besten Kumpel. Alles klar? Du hast wirklich keine Ahnung, wer ich bin? Doch. Du bist ein Rettungsschwimmer und ich brauche ein Pflaster. Kann ich bitte ein Pflaster für meinen Kumpel David hier bekommen? SpongeBob? Ich hole mir woanders ein Pflaster. Ich bin Rettungsschwimmer. Hilfe! Hilf mir! Hey! Was denn? Bitte, da sterben Menschen. Sie sind Rettungsschwimmer. Tun Sie was! Ich bin kein Rettungsschwimmer und war noch nie einer. Hilfe! 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 Rettungsschwimmer, bitte hilf mir! Da sind Kinder auf der Wasserrutsche. Diese Idioten sollen doch nur einfach aus dem Wasser kommen. Keiner der Fische verfolgt sie bis nach Hause. Hilf mir! Hilfe! Hilfe! Hilf mir! Hilfe! Er ist wieder ins Wasser gegangen. Du kleiner Volkidiot. Sie sind doch Rettungsschwimmer! Hilf mir! Hilfe! Hilfe! Verflucht! Ich werde alt! Hab mich! Ich hab dich gerettet. Ich hab tatsächlich jemanden gerettet. Sie können mich wieder runterlassen!